Hallo, meine Damen und Herren! Heute bin ich Nadia, Ja, hallo liebe Zuschauer, Truthvestigation bei Nadia und Johann. Hallo Leute! Also, war ich schon so ein bisschen erschrocken oder geschockt, muss ich sagen, weil ich dachte, das kann nicht wahr sein, dass man hier mit solchen billigen, es tut mir leid, so Taschenspieler-Tricks aufwartet. Also, das ist hier offensichtlich Photoshop, hallo? Musik 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 Aber das Bild, das ist einfach mit einem Weitwinkelobjektiv aufgenommen, von dieser Ecke, von dieser Ecke. Und das ist ein ganz aktuelles Video und, oh man, also ihr hattet 500 Jahre Zeit, hallo? 500 Jahre und das ist alles, was ihr jetzt hier zu bieten habt. Und wer Fotos manipulieren wird zum Beispiel, der braucht nicht nur ein Weitwinkelobjektiv, sondern ein Schiffobjektiv. Dann könnt ihr vom Boden ein Hochhaus fotografieren und wenn ihr mit normalem Objektiv fotografiert, dann kippt das Haus, wenn ihr nahe steht. Aber mit dem Weitschiffobjektiv könnt ihr das Haus zurückbiegen. Ihr könnt biegen, krümmen, das ist Kunst. Ich bin ein alter Fotograf. In meinem früheren Video habe ich vergessen, dieses Objektiv zu erwähnen. Ja, das ist eigentlich das, worauf seine ganze Beweisführung sich bezieht. Also dieses Foto oder diese zwei, drei Fotos. Und da wird eine Theorie darum herum aufgebaut. Also mit Fotografie kann man alles machen und darf man nicht glauben jedem Scheiß. Das ist unmöglich zum Beispiel, diese Distanz beträgt nicht mal 100 Kilometer und so eine Krümmung hat gemacht. Und da wird eine große Kentuckyskraft. Aber mit habtlica 산iviert. Und das war sehr schnell. Und da wird ein bis zum Beispiel, diese leftovers im Gerätjen влияться. Und da wird ein ganzes Untertitel sehen. Und da wird ein ganzes Kurszes.